Wir werden in dieser Woche eine Aktuelle Stunde zu den sogenannten Panama-Papieren haben. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion unterstützt den Bundesfinanzminister, der schon seit einiger Zeit den richtigen Weg verfolgt, durch Transparenz Steuerhinterziehung zu verhindern. Durch die neuen Aufdeckungen bekommt diese Bemühung von Wolfgang Schäuble einen neuen Schub und wir erwarten, dass auf dem G7-Gipfel dann in Japan auch dieses Thema auf die Tagesordnung kommt.